Hey Leute, willkommen zurück zu Dragon's Dogma, Darker Risen. Kurt? Ja, jetzt tu nicht so, als wäre nichts passiert. In der letzten Episode haben wir uns hier auf den Weg gemacht zum, ich glaube, Vollmondturm, Blaumond, irgendwas Turm. Und hier sind voll die Harpien, ich habe keinen Bock auf die. Ach, weißt du was? Ihr kennt mich mal, kreuzweise. Ich habe neue Techniken gegen diese Före gelernt. Ich habe die Före gelernt, wie soll die Före erläutern, Blaum? Oh, provokiert es! Na komm! Boah, was für ein Feuerwerk machen wir hier? Wie, war's das? Ähm. Sterb! Wo seid ihr denn da? Ja, meine Ausdauer, danke schön. Bam! Bam! Geht rauf! Boah! Ich sehe quasi gar nichts. Ach, wisst ihr, was ich mal machen könnte, Leute? Fällt mir gerade so spontan ein. Ich könnte mal meine... Achso, die ist ohne Öl. Ja, kein Wunder. Die ist ohne Öl. Hier. Äh, habe ich kein Öl? Öl nachfüllen würde ich gerne. Hallo? Habe ich kein Öl? Sag bloß, ich habe kein Öl. Flasche mit Wasser, Giftflasche, leere Flasche. Flasche mit Öl! Ähm, kombinieren. Hier. Wann geht das nicht? Ja, leck mich doch fett. Warum kann ich die denn nicht nachfüllen? Ach, jetzt kann ich die nachfüllen. Ja, natürlich. Dankeschön, jetzt habe ich eine wieder mit Öl gefüllte Flasche. Dann kann ich die ja jetzt wieder endlich anhängen. Oh, es wäre der Licht. Genau, halt sie schön fest. Peng, 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 peng. Okay. Sehr schön, wunderbar. Dann können wir jetzt wieder ein bisschen zackiger vorangehen. Was meint ihr mit gewaltige Bestien? Ich mag nicht gewaltige Bestien. Dankeschön, aber ich habe den Weg schon selber gefunden. Was meint ihr mit gewaltige Bestien? Ich, ich habe keinen Bock auf gewaltige Bestien. Leute. Es ist... Du langst nicht irgendwie so ein dreiköpfiger Zyklop ist mit einem, ich weiß nicht, Menschenfresser auf dem Rücken, der ihn voranpeitscht. Ja, das interessiert mich alles nicht. Juckt mich nicht. Oh, nein. Nein. Au. Arsch. Ich muss schön hinten bleiben. Bam. Wie, Gerd, du bist am Ende? Was bist du denn? Jawohl. Habe ich euch erwischt. Das hört sich an, als wären die hinter mir. Finde ich nicht gut. Ja, wo sind die denn, Mensch? Wo kämpft die denn? Ach, da. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ich sag's euch, ich benutze meinen Kamin. Okay, das war voll daneben. Ich seh absolut nichts. Boom. Boom. so naja wenn ich mit dir fertig bin dann ich kann nicht anfangen hier jetzt reicht's nein hilfe jetzt hör mal auf hier hallo lassen wir mal in ruhe ja level 26 ja laufbahnrang verbessert neue zaubert das ist doch super können wir jetzt mal bitte weitergehen nein ich hoffe wieso mache ich kein schaden kriegst halt eis von mir ach jeder der dann in meiner nähe ist kriegt einen schaden dadurch schön dann kriegst du von mir noch einen blitzregen mein freund oder chantal du bringst es einfach zu ende ja das war voll daneben der arme hund erlöse noch mehr wölfe auch super ich freue mich ja them 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 nein er kommt leute das ist so anstrengend diesen welchen ich habe einen auftrag ich höre überall wölfe das ist der wahnsinn wie viele hallo kommen ja überall noch mehr es reicht aber mal langsam hier genug genug ist genug ich habe kein interesse euch zu bekämpfen verschwindet man das ist das ist so finster hier hallo guten tag ist hier jemand ich sehe überhaupt mal gar nichts hallo ich habe es auch nö der will es nicht lernen da will es nicht heute dass man steht mit ihr war ich noch nicht fertig geben aber fett ep ne wie wohlan nee ich vertraue lieber meiner karte ich vertraue ich nicht so ich muss boah wow ich muss ja voll übelst weit nach aber ich bleibe mal schön auf der straße gehört wo rennst du hin alter der rennt einfach mal wo wolltest du hin du bist gerade ausgerannt na ja von wegen auch hier fütter weg einfach mal ins nirgendwo hin aber so kräuter kräuter kräuterchen kräuterchen ja aber okay ihr kennt den weg ich vertraue ich boah wehe ihr verarscht mich ehrlich mal boah was ist das für ein wind boah ich kann mich ja gar nicht bewegen ja das wäre risen hier ist der übelste wind ich komm voll gar nicht dagegen an ja sag mal was ist denn hier kaputt ja leut ich komm nicht voran was soll ich tun das ist wie so ne mein wind heißt so viel wie meidet den wind ja wie soll ich denn den meiden spritten attacke dort 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 ist alle ich komm hier nicht voran jetzt hat er wieder nachgelassen schön so mag ich das irgendwas um die ecke muss es sein ist doch schön dass es noch Fleckchen auf der erde gibt oh nö 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 das mag ich nicht ich hasse Skelette hallo wo wollt ihr denn hin lasst mal fängen ruhe ja sonst kriegt ihr es mit mir zu tun tja was seid ihr denn für versager jawoll ich höre dich hier überall diese wie ich ja kann mir jemand mal helfen jetzt mach ihn doch blatt hier das ist doch kein gegner da liegt was ach schade keine ahnung für was der gut ist oh 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 alter hat uns das ding fast gewischt ach ne da sagst du was ach ne da sagst du was ich hab Banditen gehört ich hab Banditen gehört na schön schön ab nicht nein nicht zu mir da schön auf die drauf oh oh bam hallo stirb ja helfe mir mal genau jetzt reicht's aber mal jetzt reicht's wo ist denn da oben da musste ich hin falls ihr das gerade gehört habt das war mein Rechner der rendert nämlich grad noch oh Leute jetzt au könnt ihr mal ein bisschen Schaden machen ich krieg hier voll auf die Mütze ok ok dann muss ich das wohl anders machen oder ich mach das so ich hab keine Ausdauer mehr nein oh man au 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 hey das tut weh ihr könntet mir weh tun ihr wollt mich doch nicht verletzen ich bleib einfach neben dir stehen mach Schaden lass dich nicht stören von mir BÄM und schönen Blitz hinterher was hältst du davon pass auf hier kommt er ok das lässt dich kalt ne Alter was ist der Ausbild oh Leute 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 ist das ein Kampf hier oh und jetzt die Säcke hier vorne au 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 tut mir ja weh nehmt den die halten echt viel aus die halten echt super viel aus oh was geht hier mit dem ja Chantal machs alle kalt zeig sie ihm Chantal Oh nein ich muss Kurt retten oh lelelelelelelelelelelelele treff mich gar nicht au 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 hier kümmert euch mal ich aus wie man hier gucken schön 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 also ich bin kein kameradenschwein nein ich gucke nur hier ich verstecke mich nicht nein ich sage aber erst mal danke fürs zusehen wir sehen uns im nächsten platz und dragons doch mal da gerissen macht's gut leute tschüss